So Freunde, willkommen wieder natürlich zu einer neuen Folge von Sun of the Forest und wir sind gerade wieder natürlich auf den Weg zu unserer Herberge und ja, es ist immer noch Winter Winter, ah Winter ist gar nicht so scheiße, außer halt dieser Kälte, also diese Kälte, was man kriegt aber sonst ist eigentlich Winter halt praktisch, weil man sieht halt die Baumstämme und das sind ja noch die Baumstämme aus dem letzten Video, wo wir die Treppen gebaut haben für die zweite Etage Ja, die waren auch noch übrig Ich glaube, damit kriegen wir sogar einen ganzen Wagen voll Einfach sogar mehr Gut, wir haben ja hier die Treppen gebaut auf zwei Seiten Genau so, haben wir einen kleinen Innenhof gemacht Heute würde ich sagen, machen wir die erste Hälfte Also da gucke ich auch nach der Zeit Wir werden als erstes hier Dann hier bis hier und dann hier noch rüber Oder ich versuche die Seite und die Seite direkt Versuch mal so Wird glaube ich sogar gehen Genau Und es ist arschwarm Also ich schwitze immer hier Extrem typisch Winter halt Ja, aber wenn euch natürlich die Folge auch gefallen sollte Würde ich mich gerne über ein kostenloses Abo auf diesem Kanal freuen Und über ein Like würde ich mich auch noch natürlich freuen So Gut, dann würde ich sagen, ich fälle Bäume Und wir sehen uns einfach später wieder Und wir sehen uns einfach 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 wieder ja hier das und das bauen wir also wir bauen dann das komplette stück und dann werde ich oben drauf das dächlein setzen also ich werde da oben so ein schrägdach da bauen dass da oben auch ein dachboden ist dass man sich also dort mit einem seil hochziehen kann auf dem dachboden das werden wir in der nächsten folge alles bauen und wenn euch natürlich die folge gefallen hat würde ich mich gerne über ein kostenloses aber auf diesem kanal fragen und über ein like würde ich mich auch natürlich freuen und dann wünsche ich euch noch einen schönen tag und dann sehen wir uns einfach in der nächsten folge wieder und